Ein letzter Ordner, den ich sehr toll finde, möchte ich dir noch zeigen. Das ist der Ordner Fotos. Alle Fotos, die du hier reinlegst, die werden automatisch als Galerie dargestellt. Wenn du hier diese Option wählst, Galerie, ich finde es recht hübsch gelöst. Man kann dadurch die Bilder hindurch zoomen. Und vor allem sehr toll ist, du kannst diesen Link kopieren. Und jeder Mann, der diesen Link bekommt, der hat die Möglichkeit, die Bilder anzuschauen und vor allem eben auch in voller Größe herunterzuladen. Das sind so die wichtigsten und tollsten Funktionen fürs Erste. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Arbeit mit Dropbox.